Jelitz Cook, 28, spricht Klartext über das Playboy-Shooting. Seit März hat die Influencerin gemeinsam mit ihrer großen Schwester Feliz Rose, 35, einen eigenen Podcast. Bei Bad Boss Moms können sich Fans Geschichten aus dem Leben der beiden Schwestern anhören, in der aktuellen Folge wird Jelitz' Fotoshooting mit dem Playboy thematisiert. Und Jelitz verriet, dass man untenrum auf den Fotos eigentlich nicht zu viel sehen sollte. In ihrem Podcast Bad Boss Moms stellte Feliz Rose klar, dass ihre kleine Schwester Bedenken hatte, sich komplett nackt zu zeigen. Jelitz ist sehr kritisch mit sich selbst, betonte Feliz Rose. Allerdings hätte sich die Meinung der jungen Mutter schnell während des Shootings geändert. Obwohl auf den Aufnahmen nicht nur ihre Brüste, sondern auch ihr Intimbereich deutlich zu erkennen sind, gab Jelitz ehrlich zu. Die Fotos haben mir von Anfang an gut gefallen. Ich finde, die Bilder sehen trotzdem noch elegant und schön aus. Und deswegen fand ich es auch nicht schlimm, dass man halt mehr sieht, als eigentlich geplant. Nach dem Shooting bekam Jelitz bereits die Chance, die Bilder anzuschauen. Denn auch ihre Meinung war gefragt. Obwohl der Playboy entscheidet, welche Bilder es in das Magazin schaffen, wurden im Vorfeld die Aufnahmen verworfen, die Jelitz nicht mochte. Ich glaube, ich habe nur sechs oder sieben Bilder aussortiert, stellte junge Mutter fest. Aber nur weil ich da komisch geguckt habe, ergänzte Jelitz daraufhin.